Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Castellator mit MunchOdysee. Man, bin ich gerade stolz. Okay, Leute, ich habe die Flügel in. Diese grünen Gluckens, die verbringten die Räume und verbringten die Wildlife. Die haben das Wasser verbringten und es in diesen Storagetankern verbringten. Verbring die Wasser-Tankern und es hilft das Land. Du kennst den Rest. Find die Gluckens. Find die Gluckens. Find ihre Mola. Gib sie an Lulu. Du kennst das. Danke, wenn ich mich verstarb, bist du irgendwo Lulu wieder. Ja, und ich bin heute richtig stolz. Ich freue mich. Ich schiebe meine Tastatur bei der Seite. Ich habe nur einen Tisch. Ich habe schöne Dinger. Ich habe schönes erledigt. Ich schreibe es. Machen wir das mal mit. Ansteben durchgucken. Na, da oben ist er. Ja, da oben ist er. Und ich habe mir sogar die Map von gestern mal richtig angesehen, dass die Daten von der letzten Folge, die so buggy war. Da wurden zwei Scriptelnicht Ordnungschemist ausgeführt, die man im Lock sehen konnte. Ich muss das fast Level erhöhen, okay. Ich muss das fast Level erhöhen, okay. Das ist jemand, die Figuren noch ein paar Fehler. Die Feinderkennung der Mudakens war nicht gerade sehr, nicht ganz so gut gemacht. Okay. Also wir müssen zu Ebene 1 hoch, dann zu Ebene 2, dann zu Ebene 3, okay. Ich habe eine 3 anscheinend. Nein. So, wo waren wir nochmal, Abe? Hier. So, haben wir uns erstmal umgeguckt. Schön. 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 Scheiße. Ich bringst du einmal falsch und dann so eine Scheiße, ne? Okay, ich gebe hier mal eben. Ich hoffe, meine Mikrofoneinstellung ist jetzt heute mal besser. Ich habe versucht, es ein bisschen zu verbessern. Meine Fresse, ich habe die Herzzeile erhöht von meinem Mikrofon, dass die Aufnahme besser klingt. Ja, Lulu, du bist beautiful. Ach, und immer Streit mit der Freundin. Warum immer, wenn ich Wansch spiele, ne? Ja, wenn ich Wansch aufnehme, Streit mit der Freundin. Hm. Ups. 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 Ich sehe es nicht von der Kamera. Ich sehe es einfach nicht. Ich bin die Kamera höher. Erlaubst du mir das? Ohne den Riesendreher zu machen? Na komm, bleib hoch. Bleib hoch. Bleib hoch. Ach, erlaubst du mir nicht wirklich. Okay. Geht's automatisch wieder zurück. Scheiß Kamera. Da haben wir 23. Dann öffnen wir mal. Ein Zepper. Da ist ein Zepper. Da ist ein Rohr. Ja. Töten. Hält die Hände so. Gerade rechtzeitig. Haben wir etwa mehr Lulus hier? So bin ich jetzt bisschen verwirrt. da haben wir nur einen hä wenn wir hier mehrere Lulis haben da oben ist auch wieder dasselbe ups nein 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 verdammt verdammt ich höre mehrere Glackens was mir aufgefallen ist oh die Vögel schön nach einer Zeit mir gerade aufgefallen ich höre mehrere Glackens wenn man vom Teufel spricht treibt der Teufel ne was ich gerade erwähnen doch und ähm oh Leute ich muss mich noch mal entschuldigen für die letzte Folge oh da muss ich mich noch entschuldigen da war ein Treiberfehler ein sehr konsequenter Treiberfehler der mir ganz klar ganz hart und sachte sachte so verwiegen nein kriegst kein Ton nicht von mir deswegen fehlte der Spielsound und wissen mir ist das selber nicht aufgefallen mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen dass der Spielsound fehlt keine Ahnung von ich hab's nicht gemerkt ich hab's nicht gemerkt auf meinem Koffer dann hatte ich den Sound aber O.A.S. hatte ich nicht ich hab's nicht gemerkt ich hab's nicht gemerkt ich hab's nicht gemerkt die楽owi ich bin ich bin das ich hab's nicht gemerkt nicht gemerkt ich hab's nicht gemerkt also danke für so viel support und kommentare und schreiben und echt klasse das ist einer meiner jüngsten zuschauer wo ich meinen arsch drauf verwetten Was zum Fick da hinten? Soll ich da durchkommen? Ah ok so soll ich durchkommen about the diese oder oder Das ist noch rüber. Nein! Scheiße, das ist unser Ende. Ja manch, wir sind dann geschickt. Auf zum Ei! So. Den ganzen Weg wieder laufen. Oh, jetzt muss ich einen Manch wieder holen. Das ist fies, das ist fies. Und die Wandkollision ist etwas bescheiden gemacht. Ich hoffe einige unter euch haben eine glückliche Beziehung. Und weniger streit als ich. Ja, toll. Wenn ich hier schon wieder so manche Nachrichten lese. Ne, ne, ne. Ich nehm nur noch. Weg mich auf. Aber wir alle haben unsere Probleme. so eigentlich nicht selbst weg so 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 Ah, super, die hält nicht lange. Sollen der Invisible-Trank hält nicht lange, oder? Wer noch immer wieder wach? Die Säcke. Oh, mansch. Hier, brauchen wir mansch. Schauen wir mal was aus. Ah, okay, wir brauchen mansch. Mansch. Jetzt bringe ich jetzt nicht wieder selbst um. Irgendeiner von euch beiden. Was ist das nächste Ei finden, im Ernst? So. Och. Ich meine, ich habe das unsichtbar gesehen, ich glaube nicht, ne? Ach, da ist das nächste Ei. Okay, okay. So, Abe, du musst hier durch. Wir machen, wir machen Wall. Sicher. Ich finde, das ist der Richtige. so, und der hier. Dann der hier. So, kann man ihn hier übernehmen? Zwei erreicht. Mehr wollen nicht ausgeben. So, spenden. Ist er mit dem Mund oder mit der Nase? So. Ja, your money. Oh, 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 jetzt seht ihr, das sind kleine Radwegfehler, da überschneiden sich zwei Texturen. Da überschneiden sich Texturen, oh mein Gott. Oh fuck. Oh, wir können eine Kugel öffnen. Das ist die Tür. Bei Kugel können wir die Tür öffnen. Komm uns einmal um. So, Moment, Moment, Moment. Ich will nur überlegen. Juck die Nase. Hehe. Ich bin der einzige Mensch der es einfach so auf dem Gezug gibt, wenn er mal kurz einhändig mit Kontrolle in der Hand hat. Juck dir eben die Nase, ja. Ok. Ist das für Frühstück? Ja. Oh oh. Ja super. Ja du stinkst auch. Aber ich glaube wir können jetzt erstmal Munchie her brauchen, oder? Nein, nein, nein. Wir lassen Munchie noch da. So er ist wieder in seiner Position. Hopp und hopp und drin. Munchie. Munchie. Ich finde den Effekt süß. Das ist richtig süß. Ah ja, jetzt brauchen wir Munchie. Ah, das ist die Richtung. 2 an 2. Nummer zur 3. Siehst du NP? Mein lieber Abonnent. Bunchie. Bunchie ist doch öfters was nutze. Manchmal. Ja, du bist wunderbar. Wir lieben dich. Du bist ein so wunderbarer Gluckin. Wir lieben dich so sehr. Ich will ein Kind von dir. Weil du so wunderbar bist. Du bist einzigartig. Du bist wunderbarer. Ich will sofort ein Kind von dir. Komm her mein Gluckin. Wir lieben dich so. Hier kriegst du meine äh. Ich durfte Teilzelle. In den Hintern geschoben. Und Abtreibung. Mit Spenden. Wir lieben mich. Wir setzen uns. Egal. Ich verstehe. Wir machen die mundo. Das FB kann auch hier halten. Madeleine. Also die heutige Folge dürfte weniger ruckeln, müsste sogar fast ruckefrei sein. Aber so ist das Spiel, es ist nicht perfekt, HD-Port. Aber die originale Version, der Xbox 1-Port, der läuft perfekt auf den höchsten FPS, die er drauf hat. Das mal anzumerken. Ich spielte 18 Minuten, ich weiß gerade, wie spät war ich auf die Zeit. So, einmal für Inti. Ich habe extra nicht gedacht, Junge. Er liebt ja das Geräusch. Er ist ein Stöcker? Oh, er hat Knifte. Schade. Hier machen wir noch eben, bevor wir hier Schluss machen, die heutige Folge. Und hab's. Und tot. Ah, hier gehen wir sogar mal einen mehr aus. Hups, und hups, und hups, und hups, und fast verfehlt. Gott. So. Ja, manch darf wieder schwimmen, wir müssen ihn auch noch dahinten hinbringen, bevor ich das wieder vergesse. Bevor ich manch vergesse, es wäre eine Schandtat. So, mein Eierfreund. Und damit wenden wir die heutige Folge mit einem Thirio. Dann, euer Kaschleiter, haut rein, danke fürs Zusehen, bis dann.